Wir haben gerade unsere Jugendwahlkampagne hier in Berlin gelauncht. Unser Slogan lautet Gerecht ist. Unter Gerecht ist, da erzählen wir, was uns alle umtreibt, wo es ungerecht zugeht. Wir alle kennen die Geschichten, wenn wir einfach keinen bezahlbaren Wohnraum finden, wenn das Gehalt am Ende des Monats einfach nicht ausreicht, wenn wir einfach unsere Schulen angucken, wenn wir die Straßen angucken, die zerbröckeln, wo einfach nicht genug Geld investiert wird. Und das zeigen wir mit Gerecht ist auf. Und vor allem zeigen wir auch auf, wie wir all das verändern. Bei unserem Kampagnen-Lounge waren heute Hubertus Heil und Juliane Seifert mit dabei. Das hat mich mega gefreut. Aber es waren auch ganz viele Jusos aus dem ganzen Bundesgebiet da und viele Neumitglieder. Wir wollen richtig loslegen und diese Bundestagswahl gewinnen. Und damit wir die gewinnen, da ist es ganz notwendig, dass ihr mit dabei seid, dass wir dahin gehen, wo unsere Leute sind. Auf die Festivals, an die Badeseen, in die Schulen, in die Hochschulen. Wir zählen auf euch. Wir brauchen euch, damit diese Kampagne ein Erfolg wird. Und wir legen jetzt richtig los. Ich freue mich drauf.